... kam die Zeit, dass Maria gekehren wird. Und sie war ihren ersten Sohn und wickerte ihn im Linde und legte ihn eine Triffe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herbe. Und es waren Würden in derselben Ebene auf dem Felde bei den Würden. Die Hütten hüteten des Nachts die Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klame des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Treuen widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heilandgebobel, welcher als Christus, der Herr, in der Stadt da ist. Und das war zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in eine Triffe. Vom Himmel hoch, da komme ich hier. Auf der Seite 11, drei Stunden.